Hey WWE-Universum da draußen, auch in dieser Woche heißt es wieder, nicht verzagen, Hackmann-Fragen. Ihr habt es gemacht wie immer, ihr habt meinen Hashtag AskTheHackman benutzt, habt eure Fragen und das Video gepostet. Zum Beispiel auf dem WWE-Deutschland-YouTube-Kanal oder auf facebook.com slash WWE-SebastianHackl. Na gut, ein paar Tweets habe ich auch bekommen, add SebastianHackl mein Handel, AskTheHackman natürlich der Hashtag. Auch bei Instagram ist einiges reingeflogen, auch add SebastianHackl, Hashtag AskTheHackman. Eine Menge Fragen zu Sheamus, das ist das Thema heute. Und Sheamus ist ja ein illustrer Geselle, eine Lichtgestalt der WWE, wenn man so will. Vierfacher World Champion, zweifacher United States Champion, hat 2010 das King of the Ring Turnier gewinnen können, 2012 das Royal Rumble Match sogar. Im vergangenen Jahr, 2015, da war er Mr. Money in the Bank. Also ihr seht schon, das ist einer der erfolgreichsten Superstars der letzten sechs, sieben Jahre. Und auch davor, vor der WWE-Karriere, war er schon eine interessante Person. Er war ja zum Beispiel Bodyguard für Bono, also diesen riesen Popstar. Da glaube ich, könnte er auch aus den Nähkästchen plaudern. Ist FC Liverpool-Fan, das sei vielleicht noch erwähnt. Sheamus, auch Filmstar bei den Teenage Mutant Ninja Turtles, hat eine Rolle ergattert. Und ist dann sogar mutiert in diesem Film bei Out of the Shadows, so heißt der Streifen nämlich. Also über Sheamus gibt es eine Menge zu berichten und natürlich auch eine Menge Fragen. Zum Beispiel diese erste hier von Steve TV. Glaubst du, dass Sheamus irgendwann den Universal Champion Titel gewinnen wird? PS, es ist gar kein Wunder, dass Smackdown nach dem Draft die bessere Show ist, wenn man dich und Holger als Kommentatoren hat. Das ist nett, das ist lieb, da sage ich artig danke. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Ich glaube mittelfristig nicht, dass Sheamus ins Rennen eingreifen wird, um den Universal Champion Titel von Raw. Ich glaube tatsächlich, ihr mögt mich vielleicht für verrückt halten, dass seine Zukunft im Tag-Team-Bereich liegt, mit Cesaro als Partner. Und ich erkläre euch ganz kurz, wieso. Beide sind sehr ähnlich, sind harte Hunde, Muskelpakete, haben auch eine gute Technik, passen hervorragend zusammen. Wenn sie ihre Egos auf einen Haufen schmeißen können und ein bisschen kontrollieren können, wenn sie sozusagen am selben Strang ziehen, dann sind sie für mich die Top-Kandidaten für den Tag-Team-Champion-Titelgewinn bei Raw. Ja, ich bin nicht verrückt, das ist meine ehrliche Meinung. Danny Fitz, welches ist dein Lieblingsmatch von Sheamus und Francesco Mezzo mit einer ähnlichen Frage. Was war dein Lieblingsmatch von Sheamus? PS, du und Holger seid die besten Kommentatoren Deutschlands. Ja, da geht einem natürlich das Herz auf. Vielen lieben Dank und die Antwort ist, ja, ich glaube ich bin vielleicht ein bisschen befangen. Match 7, der Best-of-7-Serie gegen Cesaro bei Clash of Champions. Ich saß am Ring, deswegen vielleicht da ein bisschen, ja, ein Vorurteil bei mir. Aber trotzdem, das war so eine physische Ringschlacht, das war so ein körperliches Duell. Oh, und dann der Schocker. Cesaro fliegt durch die Seile, landet auf dem Kopf. Ich dachte mir, oh, jetzt ist was passiert. Aber denkste, die beiden haben knüppelhart weitergemacht. Der Schweiß ist geflogen bei jedem Clothesline. Am Ende konnten sie beide nicht mehr, es gab einen Unentschieden. Und das Match war für mich das beste Match des Abends. Und das beste Match bisher in der Karriere von Sheamus. Kann man anders sehen. Ich war live dabei und mir hat es einfach so gut gefallen. Deswegen hier, das meine Meinung. Instamark, was hältst du von Sheamus und Cesaros Tag-Team-Sache? Hm, ich habe es ja schon erwähnt, ich sehe da tonnenweise Potenzial. Die beiden passen für mich so gut zueinander. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, die vertragen sich nicht. Ich sage, Reibung erzeugt Energie. Mick Foley hat sich was gedacht dabei. Und ich sage es euch, wenn das klappt, einigermaßen, die müssen keine Freunde sein, wenn die Partner sein können, dann sind sie für mich die absoluten Top-Kandidaten für den Tag-Team-Titel-Gewinn bei Raw. Ich sage es noch einmal, meine ehrliche Meinung. Glaubt das wirklich? IPB 10 underscore minus. Wie hast du reagiert, als Sheamus Daniel Bryan den Titel in nur 17 Sekunden abgenommen hat? Ja, das war eine große WrestleMania-Überraschung. Also, das hätte selbst ich nicht geglaubt. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Das Küsschen, der Bro-Kick, zack, Titel weg. Und, ja, aber es war auch Enttäuschung dabei. Ich bin da ganz ehrlich. Sheamus gegen Daniel Bryan, vor allem, wenn man rückwirkend die Karriere eines Daniel Bryan betrachtet, er hatte die WrestleMania-Höhepunkte. Bei WrestleMania 30 der große Titel gewinnt. Bei WrestleMania 31 der Sieg im Leitermatch. Auch der Intercontinental Champion-Titel gewinnt. Ein Wahnsinnsmoment. Aber ich hätte mir schon noch so einen Moment gegen Sheamus gewünscht. So 20, 25, 30 Minuten Klassiker. Die beiden hätten das drauf gehabt. Aber der Bro-Kick aus dem Nichts und das Match war vorbei. So ist das eben. WWE ist wie eine Wundertüte. Du greifst rein, aber du weißt nie, was du bekommst. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Eine T-Shirt-Geschichte der Woche habe ich vorbereitet. Ist ganz kurz erzählt. Nächste Woche das Thema hier bei Ask the Huckman. Am Montag um 18.30 Uhr Chad Gable und Jason Jordan, American Alpha. Für mich das talentierteste Tag-Team im Smackdown-Kader. Kann jeder sehen, wie er will. Ich mag die beiden. Ich finde, das ist ein richtig gutes Gespann. Und deswegen sind sie das Thema in der kommenden Woche bei Ask the Huckman. Und als letzten Tagesordnungspunkt habe ich mir notiert. Haha, Dean Ambrose. Ein weiterer WWE-Zombie. Der kommt einem ja manchmal vor wie ein Zombie. Kopf runter, einfach nur drauf, durch alle Hindernisse durch. Dean Ambrose steckt nicht auf. Ihr scheut vor keiner Herausforderung zurück. Der Lunatic Fringe, so wie er leibt und lebt. Ja, und das war's in dieser Woche. Ich sage, eine gute Woche. Viel Spaß und bis nächsten Montag. So long. Huckman out.